Hallo Leute, willkommen zurück zu der letzten bei Pokémon Ultramond. Im letzten Part haben wir hier die große Prüfung gegen Hala bestanden und ja, jetzt soll es gleich mal weitergehen. Auch wenn du uns mit uns beinahe den Boden aufgewischt hättest, muss man wirklich mal sagen. Aufgepasst Vanessa, wenn du die Z-Kraft vom Typ Kampf einsetzen willst, musst du deine Arme so bewegen und deine Hüften geil so shaken. Hast du das gesehen, wie ich die Luft geboxt habe? Jetzt denken alle, dass ich ein Vollidiot bin, der irgendwelche Halluzinationen hat. Was ich auch habe. Da haben wir eine Prüfung auf Melemele, der ersten Insel von Alula abgeschlossen. Mit dem Stempel dieser Prüfung gehören dir außerdem alle Pokémon bis Level 35. Auch die, die du per Tauscher halten hast. Vor allem die, die ich per Tauscher halten habe. Selbst hinter den hellsten Sonnenstrahlen ist der Mond unser ständiger Begleiter. Dasselbe gilt für die Sonne, die nur scheinbar hinter dem Schleier der Nacht verschwindet. Viele Dinge in Alula existieren, obwohl wir sie nicht sehen können. Es liegt an uns, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Auf deiner Reise wirst du viele Menschen und Pokémon treffen. Denk immer dran, auch ihnen mit der nötigen Geduld zu begegnen, um ihre nicht sichtbare Seite zu entdecken. Dann wirst du zweifellos eines Tages wieder auf Kapuriki treffen. Ein Taurus. Nur die Ruhe, Taurus. Da kommt mir eine Idee. Ich werde dich auf Taurus reiten lassen, wann immer du willst. Warum, fragst du? Na, du magst es doch, wenn du auf jemanden reiten kannst. Vor allem er hat drei Schwänze. Naja, weil Taurus auch auf diese Wanderschaft gehen will. Und wegen der Sache mit den Schwänzen. Hier, Vanessa. Das schenke ich dir. Du wirst es brauchen, um auf Pokémon reiten zu können. Fünf Packungen mit Poké-Gummis erhalten. Schön. Warum probierst du es nicht gleich mal aus? Hier, vor allen Leuten. Und sie haben es nicht geändert. Es sieht immer noch so unendlich behindert aus, wenn man auf dem Viech reitet. Also, nicht wie es aussieht, sondern einfach das Outfit, das man dann anhat. Ich finde, das sieht so unendlich behindert aus. Naja, wenn man auf Taurus reitet, sieht die Welt doch gleich ganz anders aus, oder? Naja, wenigstens für uns, weil du jetzt behindert aussiehst. Indem sie uns auf sich reiten lassen, bieten die Pokémon Alolas uns ihre Unterstützung an. So ist das bei uns, Vanessa. Dann will ich dir mein Geschenk mal erklären. Mit dem Poké-Mobil-Funk kannst du Pokémon für Poké-Mobil herbeirufen. In der Bedienungsanleitung steht, dass du sie gar nicht erst lesen musst. Der Poké-Mobil-Funk kommt übrigens ab Reitausrüstung, die du leider anlegen musst. Ich bin sicher, du wirst Taurus lieben lernen, wenn du auf ihn durch Alola reitest. Mit dem Poké-Mobil-Funk benutzt, eilt das entsprechende Pokémon herbei, um dich zu unterstützen. Egal, wo du gerade bist. Beachtet Tali übrigens nicht, der hat gerade irgendwie ADAS und irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Er hat wahrscheinlich seine Medikamente nicht genommen, deswegen ist er so sapplich. Herzlichen Glückwunsch, Vanessa. Es war mir eine Freude, deine Fortschritte seit unserem ersten Treffen in der Trainerschule mitzuverfolgen. Es war mir schon klar, warum ich den Part beendet habe. Weil das Spiel schlimmer als Final Fantasy ist, was Story betrifft. Beeindruckend, dass du ohne die Z-Kraft gewinnen konntest. Oh, wie wär's, wenn du im Alola-Fotoclub ein Erinnerungsfoto machen lässt. Mit Taurus ist es nur ein kurzer Sprint bis nach Rauli City. Kommt drauf an, wie viel Geld ich habe. Ich glaube, ich könnte ein paar Klamotten gebrauchen. Ich hoffe, dass deine Inselwanderschaft von Erfolg gekrönt sein wird. Also da, Vanessa. Wir sollen es gleich mal ausprobieren, wie stark Taurus ist. Warum versuchst du nicht mit ihm die großen Felsen auf Route 1 zu zertrümmern? Na gut, dann kriegst du auch noch ein Geschenk von mir. Trugschlag. Ja, ganz gut, wenn man Pokémon fangen will, aber nö. Braucht keine Sau. Mit Trugschlag kannst du dir sicher sein, dass die KP deines Ziels nicht unter einen KP fallen. Dann kannst du viel leichter Pokémon fangen und dabei deinen Rotom-Pokédex füllen. Aber zuerst solltest du bei deiner Mama vorbeischauen. Danach können wir uns am Hafen von der Olui City treffen. Nein, lass mich doch mal alleine reisen. Und wo du schon dabei bist, solltest du auch den Einkaufszentrum und dem Alola-Fotoclub einen Besuch abstatten. Was ja Ding, Emre gerade schon gesagt hat. Wie hieß der jetzt noch? Ne, der hieß nicht Emre. 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 Ensem. Ansem. Ne, Ansem ist wieder Kingdom Hearts. Thomas. Na, du weißt schon. Der Alola-Fotoclub, von dem auch Elima heißt das. Elima eben gesprochen hat. Und eine frisch bestandene Prüfung, gebühren zu feiern, solltest du dann unbedingt auf ein Erinnerungsfoto vorbeischauen. Ich muss so reden, weil ich gerade einen Herzinfarkt hatte. Keine schlechte Idee, Tali. Ich habe auch einen Herzinfarkt gehabt. Das ist sicher auch dein Plan. Sobald du die große Prüfung bestanden hast. Oder? Klar. Das müssen wir aber erst nochmal verdienen. Legen wir los. Oh, ähm. Der Inselkönig. Gedönsteil. Er macht alle rasante Fortschritte als Trainer. Ich bin gespannt, wie weit er noch kommt. So, jetzt muss ich aber langsam meine Jagd dabei startklar machen. Hilfst du mir dabei, Lili Odis? Wär schön. Sehr schön. So, die zwei sollen jetzt anfangen zu battlen. Sehr schön. Ah, ich bin doch wieder vollgeheilt. Willst du mal was nachschauen? Diese Statuswerte. Boah. Mal eins. Einmal habe ich ihn. Okay. Ich wollte mal nachschauen, wie oft ich den eigentlich habe. Okay. So, jetzt haben wir einiges, was wir machen könnten mit dem Taurus Rambok. Ähm. Wo können wir denn jetzt überall Felsen wegbomben? Also einmal können wir natürlich hier den Weg zurücklaufen. Hä? Ah. Ihr habt den Schatten nicht gesehen. Ein wildes Habitat. Gar kein Problem. Wir fliehen ja sowieso. Oh, Manky hat fast ein Level ab. Sehr schön. So gefällt mir das. Soll es vielleicht hier unten lang. Weil dann kommen mir da keine wilden Habitag entgegen. So. Denn. Ich habe etwas vor, meine Freunde. Das habe ich schon von Anfang an vorgehabt. Als ich erfahren habe, dass das geht. Um es mal auszupfen. Richtig. Ein Traumato fangen. Naja. Ich habe vor, ähm. Ein bisschen Mantagsreiten. Zu praktizieren. So. Das könnte ich doch eigentlich mit einer Verfolgung sicherlich relativ gut weghauen, oder? Zwei Verfolgungen. Ja, zwei Verfolgungen. Ja, am Fund macht das nicht so viel. Schön. Einfach nochmal eine Verfolgung drauf und weg ist das Traumato und ich bekomme ein Level ab. Perfekt. Absolut. Oh, Geowurf. Warum willst du so einen Scheiß erlernen? Nein. Keine Sau braucht Geowurf. Fixen Schaden. Langweilig. Ah. Da greift mir noch der Busch an. Ah. Oh, ein Makuita. Okay, das wäre aber auch was. So ein Hariyama. Wobei ich sagen muss, dass Mankey bzw. Rassafkula ist. So, nachdem wir vom Busch entkommen sind, besser gesagt von Craigs Mom. Nachdem wir jetzt von Craigs Mom entkommen sind, ähm... War es Craigs Mom? Die den Mega-Busch hatte? Ich glaube es war Craigs Mom. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Ist ja egal. Wir sind jetzt hier auf der Big Wave Beach. So. Hi. Ich will surfen. Ich habe Montags auf meiner Inselwanderschaft kennengelernt. Das interessiert mich nicht. Äh, ja? Achso, muss ich mich da anmelden hier vielleicht. Hallo? Sag ich an deine Pokémon? Nein, das sind die GP. Äh. Es hieß, ich darf hier... Hä? Es hieß, ich darf hier surfen, wenn ich einen Montags ha... Wenn ich die Inselprüfung bestanden habe. Hä? Äh... Ach, muss ich vielleicht surfen, surfen? Nö. Äh... Okay... Okay, ich darf nicht. Okay. Es wurde mir zwar gesagt, ich darf hier... Ich soll ruhig wieder kommen. Wenn ich, ähm... Äh... Den Inselkönig-Pix liegt habe. Was ich jetzt getan habe. Aber ich darf immer noch nicht. Okay. Gut. Okay, können sie sich am Montags surfen versuchen. Was? Keine Ahnung. Vielleicht braucht er noch sein eigenes Montags. Äh, ich will mal... Hier. So. Sehr gut. Äh, halt, halt, halt. Roms. Geil. Ein Sternenstück. Ja, ein Sternenstück ist, glaube ich, immer was Gutes. Da kann man niemals was sagen. So. Jetzt sind wir auch wieder in Howie City. Äh, wie viel, äh... Bestehendes. Da ist ja der Trainerpass. Den habe ich gesucht. 20.000. Das ist nichts. Das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Aber... Vielleicht haben die auch nichts mehr, was mich irgendwie interessieren könnte. Schauen wir mal. Ähm... Ja, gut. Das ist das Shirt, das ich jetzt habe. Weiß. Ich habe halt jetzt das. Ja, das ist aber auch schön, das Lila. Hm. Ich finde aber das Hemd, ehrlich gesagt, hier das Shirt ziemlich cool. Wir wollen jetzt einfach mal ein weißes haben. Ich will jetzt mal ein weißes. Einfach so, weil ich es kann. Oder ein Tanktop. Ist doch auch eine Idee. Das gefällt mir. So. Shorts. Ja, ist okay. Hm. Ja, nehmen wir da die hier. Zack. Geil. So, da brauchen wir nichts. Das haben wir schon. Okay. Einfach mal einen neuen Style. Sehr schön. Gefällt mir. Das mag ich an... Das mag ich sehr am Pokémon X und Y. Äh... Und auch hier an, äh... Mond und Sonne. Dass man seinen Charakter wieder so umändern kann. Das hat mir nämlich sehr in, äh... Oras gefehlt. Ich finde das cool, dass man da seinem Charakter so ein bisschen eigenen individuellen Charme verleihen kann. Weil... Der Charakter ist halt der, den man spielt, sag ich jetzt mal, den man das ganze Spiel übersieht. Und ich finde das da ganz cool, wenn man den bei so kleinen Spielen wie Pokémon hier... Wenn man den ein bisschen eigen... Oh, was hat man da? Wenn man den ein bisschen verändern noch kann. Finde ich sehr, sehr cool. Achso, das heißt, der Fotoklub, den braucht keine Sau. Also... Ich muss da rein. Ich muss da rein. Oh, ein Trainer mit einem Z-Kraftring. Sag bloß, du willst ein Foto machen. Wenn du nur noch Fotoklub kannst, du kannst dich mit deinem Lieblings-Pokémon in verschiedenen Posen abdichten lassen. Wenn du schon mal hier bist, solltest du mir das unbedingt mal ausprobieren, Mann. Ich suche hier gerade den Abbrechknopf. Jetzt hast du die Gelegenheit, dein komplettes Leben aufs Spiel zu setzen. Warum muss ich so einen Scheiß machen? B! Beenden! Noch gar nicht vorbei. Willst du mittendrin aufhören? Ja! Ja! Bilderalbum, ganz toll. Alter, wie ich es hasse, wenn... Alter! Wie ich es hasse, wenn einem sowas aufgezwungen wird. Das ist dasselbe... Das ist dasselbe wie ein Pokémon schwarz und weiß. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Da konnte man es an eigenen Filmen machen. Das war genauso behindert. Und darauf war man auch angewiesen. Das musste man machen. Hey, Vanessa! Oh! Sein Bautz hat sich entwickelt. Du und Menki, habt dem Alolo-Fotoclops sicher ein gutes Bild abgegeben. Aber jetzt geht unsere Inselwanderschaft weiter. Nächster Halt. Akala! Danke. Ich verzichte erstmal auf Fotoshootings und Deko-Elemente. Weißt du, ich besitze mich noch ein bisschen hier an. Ich würde bestimmt viel zu viel Zeit damit verbringen. Was? Was? Ich würde bestimmt viel zu viel Zeit damit verbringen. Arboretus? Achso, jetzt halt. Ich sollte vielleicht den Satz erstmal fertig lesen, damit er Sinn ergibt. Ich will mich nicht zu lange warten lassen. Ich mag Arboretus. Ist ein schönes Pokémon. Ein sehr schönes Pokémon. Ich glaube, von den drei Entwicklungen von Bautz ist Arboretus meine Lieblingsentwicklung. Finde ich sehr, sehr stylisch. Es hat doch irgendwie so ein bisschen Butler-Style, oder? Ganz ehrlich, ich würde meinen Arboretus Spades nennen. Ich bin schon total gespannt, was uns bei der nächsten Prüfung erwartet. Finden wir es raus. Vanessa, Talia, kommt genau richtig. Meine Yacht ist bereit zum Ablegen. Äh, also, was das Thema angeht. Um ehrlich zu sein, würde ich viel lieber auf dem Rücken von Mattax nach Akala reisen. Ich hoffe, dass Vanessa mir dabei Gesellschaft leisten wird. Das ist cool. Okay. Ja, genau, vom Big Wave Beach bei Route 2 aus. Da warst du gerade, aber du durftest nicht. Verstehe. Verstehe. Dann will ich immer nicht so sein, Tali. Wer es dir lieber von deinem Pokémon helfen lassen willst, zeigt, dass du verstanden hast, worauf es bei der Inselwanderschaft ankommt. Nämlich die Menschen komplett zu ignorieren, sich nie wieder von Menschen helfen zu lassen und sie komplett zu unterwerfen. Yay! Danke, Professor, für den Tipp. Dann sehen wir uns auf Akala. Vanessa, ich warte auf einem Big Wave Beach. Bei Route 2 auf dich, da, wo du schon warst. Und das alles nur. Ich muss jetzt wieder zurück. Es ist kein großer Weg, beim besten Willen. Und das ist auch nicht schlimm. Aber ich muss jetzt wieder zurück, nur weil ich hierher musste, um so ein scheiß Foto zu machen. Vanessa, darf ich dich was... Nein! Was? Ich möchte Bölkchen helfen, in seine Heimat zurückzugehen. Ich hatte dir schon dafür erzählt, dass mein kleiner Freund mich aus einer seiner brenzlichen Situationen gerettet hat. Deshalb möchte ich ihm auch helfen. Aber da ich kein Pokémon-Trainer bin, kann ich alleine nicht viel ausrichten. Deshalb benötige ich deine Hilfe, Vanessa. Das muss sich sehr selbstsüchtig anhören, ich weiß. Ich will dir nicht helfen, aber ich mag nun mal Cosmo. Sehr sogar. Vielen Dank. Da fällt mir ein Stein vom Herzen aus. Den Stein kannst du im Herzen ruhig behalten. Nennt sich Gallenstein. Dann kannst du auch woanders hin tun. Da ist er noch besser aufgehoben. Sonst hat sich nämlich nicht weiter gewusst. Dann würde ich sagen, wir treffen uns auf Akala, der nächsten Insel wieder. Sehr gut. Aber immerhin dürfen wir jetzt doch Montag surfen. Das ist cool. Da freue ich mich jetzt nämlich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Das wird cool. Bin mir ziemlich sicher, das wird mega cool einfach nur noch. Das ist ja ein Insel-Wanderschaftsabzeichen. Und dazu besiegst du auch noch die Z-Kristall-Normium-Z und Batalium-Z. Du hast mit anderen Worten also sowohl Elimas-Prüfung als auch die große Prüfung von Hala erfolgreich abgeschlossen. Stimmt's? Ja, das ist ja wunderbar. Meinen Glückwunsch. Wenn ich mich vorstellen dürfte, mein Name ist Heinrich Eich. Ich bin Pokémon-Forscher und suche unter anderem die Herrscher-Pokémon in Alola. Fragst du mich nicht auch, warum Herrscher-Pokémon im Vergleich zu ihren Herr-Türmischen-Ortgenossen so auffallend groß sind und was es mit dieser besonderen Aura auf sich hat, die sie umgibt? Anabolika. Sonst nichts. Pures Anabolika. Nö. Ist das dein Ernst? Wenn du dir das anhörst, was ich zu sagen habe, wirst du deine Meinung bestimmt ändern. Sie lernen es nie. Man sagt, man will nichts hören und es wird trotzdem alles erklärt. Sie lernen es nie. Ich möchte, dass du bestimmte Sticker für mich sammelst, für die du dann im Gegenzug ein Pokémon erhältst, das einem Herrscher-Pokémon... Was? Okay. Deshalb werden diese Sticker auch Herrscher-Sticker genannt. Du kannst sie hier und da und dort und irgendwo in Alola finden. Zieh sie einfach ab und sammle sie. Zeigst du mir 20 Herrscher-Sticker erhältst du von mir an Radikal. Ich zähle auf dich. Immerhin bist du der Trainer, dem Professor Kukui eigentlich sein Rotomann vertraut hat. Ja, das bin ich. Ich mache mich dann wieder auf dem Weg zum Kantai-Strand auf Harkala. Erschwing dich einfach auf Mantax und komm rüber gesurft, wenn du meine Hilfe brauchst. 20 Herrscher-Sticker und wie viele habe ich jetzt? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, dass man dann so ein Herrscher-Pokémon bekommt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt als cool oder als Wayne bezeichne. Oder was ich davon jetzt halten soll. Oh, da liegt was. Ob das jetzt cool oder Wayne ist. Ich glaube, das müsste ich wirklich einfach ausprobieren. Aber wir sammeln sowieso die ganzen Sticker, wenn wir sie finden. Und das bedeutet, dass wir sowieso ein Herrscher-Pokémon früher oder später bekommen werden. Und das können wir uns ja dann mal anschauen, gegebenenfalls vergleichen mit einem anderen Pokémon der Art. Ob das wirklich so viel stärker ist. Es würde mich nämlich echt mal interessieren, ob ich dann an sich auch ein stärkeres Pokémon habe. Oh Gott, das würde dann das Competitive wieder so zerficken. Oh, das wäre schlimm. Aber ich bin mal gespannt, wie es da jetzt noch weitergeht mit den Herrscher-Stickern. Das finde ich nämlich doch relativ cool, dass man da dann auch wenigstens eine Belohnung bekommt. Im selten Sinne von einem Pokémon. Mal schauen, wie das dann wirklich ablaufen wird. Also gut, Leute. Das war dein Lesbian-Pokémon-Ultramond. Für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.